Wie melde ich mich an meinem Microsoft Office 365 bzw. Microsoft Teams Konto online an? Ich rufe die Webseite office.com auf und gebe meinen Benutzernamen und mein Passwort ein. Danach sehe ich meine zuletzt verwendeten Dokumente im unteren Bereich. Im oberen Bereich sehe ich meine Apps. Zunächst nur eine kleine Auswahl, die ich erweitern kann, wenn ich auf Alle Apps klicke. Ich kann die Apps im Webbrowser verwenden und muss sie nicht installieren. Jedoch gibt es beim Funktionsumfang Unterschiede. Alle Funktionen stehen unter Windows 10 in den installierten Apps zur Verfügung. Unterschiede gibt es zu den Apps für mobile Endgeräte wie Android und iOS und in den Web-Apps.